... als entwickelt wurde. Sie verfügt über genug Feuerkraft, um alles Leben auf dem Mars zu vernichten und diesen Planeten für Millionen von Jahren unbewohnbar zu machen. Ich weiß nicht, was der Verteidigungsrat der Erde damit bezwecken will. Vielleicht wollen sie uns nur einschüchtern, damit wir uns ergeben. Doch vielleicht wollen sie uns wirklich alle umbringen. Wir haben einen Plan, um die IDF aufzuhalten. Und wir haben uns mit den Maraudern zusammengeschlossen, um diesen Plan umsetzen zu können. Die Marauder werden niemandem etwas antun, solange man ihnen nichts tut. Die Marauder allein sind jedoch nicht genug. Wir brauchen eure Hilfe. Wenn auch ihr von einem freien Osterbücher bis daneben freudet, dann tretet uns bei. Ihr seid die Zukunft des Mars. Ihr seid keine Tiere und auch keine Sklaven. Ihr seid Menschen und habt das Recht auf Freiheit. Gemeinsam werden wir triumphieren. Die Übertragung ist gesendet, Mason. Wir haben es geschafft. Hoffentlich ist die Nachricht durchgekommen. Was ist die Nachricht für die Küche? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's. Das war's. Das war's.